Bei der Empfängnis verschmilzt ein Spermium, das entweder ein X- oder ein Y-Chromosom trägt, mit einer Eizelle, die ein X-Chromosom besitzt. Bei diesem Vorgang entsteht eine einzige Zelle, die Zygote. Die Kombination der Chromosomen in der Zelle entscheidet, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen sein wird. Ein X- und ein Y-Chromosom ergeben einen Mann und zwei X eine Frau. Etwa einer von 5000 Menschen hat zufällig eine andere Chromosomenkombination. Sie werden manchmal als intersexuell bezeichnet. Der Einfachheit halber werden wir typische Männer und Frauen vergleichen. Bei der Geburt werden Kinder normalerweise in Mädchen und Jungen unterschieden. Jungen sind in der Regel etwas größer und schwerer als Mädchen. Ihre Köpfe sind oft auch ein bisschen größer. Innerhalb weniger Wochen beginnen die kulturellen Normen, die traditionellen Geschlechterrollen zu verstärken. Das macht es für Wissenschaftler schwierig zu erkennen, welche Verhaltensunterschiede biologisch und welche sozial bedingt sind. In der Kindheit sind Jungen in der Regel körperlich aktiver und zeigen ein größeres Interesse an Gegenständen und Erkundungen. Sie beginnen auch, ein besseres Verständnis für den dreidimensionalen Raum zu entwickeln. Mädchen sind weniger aktiv, interessieren sich mehr für Menschen und scheinen diese besser zu verstehen. Sie lernen auch schneller neue Sprachen. Mit nur 16 Monaten haben Mädchen im Durchschnitt einen Wortschatz von 95 Wörtern, mehr als dreimal so viel wie Jungen. In der Pubertät werden die Kinder zu Teenagern. Ihr Körper verändert sich und die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen werden deutlicher. Im Alter von 8 bis 13 Jahren werden Mädchen größer. Ihre Körperform beginnt sich zu verändern und die Haare wachsen an immer neuen Stellen. Dies setzt sich bis ins mittlere bis späte Teenager-Alter fort. Mit der Pubertät setzt auch die Regelblutung ein. Technisch gesehen können sie jetzt schwanger werden, gebären und ihr Kind stillen. Sie haben auch einen erhöhten Östrogenspiegel, sind sehr sozial und neigen dazu, mehr Empathie zu zeigen. Sie sind zwar körperlich nicht so stark wie ihre männlichen Gegenstücke, können aber Schmerzen besser ertragen und bei Ultra-Ausdauerläufen mit Männern mithalten. Jungen kommen etwas später in die Pubertät und erleben einen Wachstumsschub, der mit 14 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Sie entwickeln mehr Muskelmasse, Körperbehaarung und einen größeren Adamsapfel, was ihnen eine tiefere Stimme verleiht. Das schüchtert manche ein, während es auf andere anziehend wirkt. Jungen produzieren auch mehr Testosteron und entwickeln ein höheres Aggressionspotenzial. Sie sind jetzt größer, schneller, deutlich stärker und landen etwa zehnmal häufiger im Gefängnis. Einige Teenager identifizieren sich jetzt mit einem anderen Geschlecht und zwischen drei bis zehn Prozent beginnen ihre reproduktiven Jahre mit einem Interesse an demselben Geschlecht. Während ihrer reproduktiven Jahre und bis Mitte 30 sind beide Geschlechter in der Regel sehr gut im Kinderkriegen. Sie sind jedoch zwei sehr unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Männer können technisch gesehen in wenigen Minuten ein Baby zeugen. Frauen hingegen müssen viele Monate in die Schwangerschaft und Geburt investieren. Mit enormen körperlichen und psychischen Folgen. Das setzt sie einem großen Risiko aus, wenn die Beziehung in die Brüche geht. Allerdings haben sie einen Vorteil. Sobald das Neugeborene da ist, können Mütter sicher sein, dass das Kind ihnen gehört. Ein Vater, der ein Kind liebt und sich um es kümmert, läuft Gefahr herauszufinden, dass es nicht sein Kind ist. Und je nach Kulturkreis ziehen ein bis zehn Prozent unwissentlich das Kind eines anderen Mannes auf. Was also Mamas Baby ist, ist nur vielleicht Papas Baby. Die Angst einer Frau, eine alleinerziehende Mutter zu werden und die Angst eines Mannes vor Vaterschaftsbetrug, führen zu sehr unterschiedlichen Bedenken in Bezug auf Fremdgehen. Eine Theorie besagt, dass Männer sich eher Sorgen um sexuelle Untreue machen. Sie wollen sicher gehen, dass das Kind, das sie aufziehen, auch von ihnen ist. Frauen werden in der Regel eifersüchtiger, wenn sie sich emotional betrogen fühlen. Sie machen sich Sorgen, dass wertvolle Familienressourcen mit jemand anderem geteilt werden. Im mittleren Erwachsenenalter beginnen Männer und Frauen ihre Fähigkeit, Kinder zu zeugen, zu verlieren. Betrachtet man die Fruchtbarkeit nach Alter, so stellt man fest, dass die Fruchtbarkeit von Frauen ab Anfang 30 abnimmt und die Chancen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, mit 40 Jahren gering sind. In den 50ern kommen sie in die Wechseljahre und ihre Periode bleibt aus. Männer bleiben viel länger fruchtbar, aber ab dem 35. Lebensjahr steigt die Wahrscheinlichkeit, eine fehlerhafte Samenzelle zu produzieren, mit jedem Jahr exponentiell an. Wenn sie das späte Erwachsenenalter erreichen, leben Frauen länger. Männer sterben etwa sechs Jahre früher, oft an Herzversagen. Vielleicht, weil sie weniger auf ihre Gesundheit achten und ein riskanteres Leben führen. Was denkst du? Wie beeinflussen die Geschlechtsunterschiede unsere Gesellschaft und wie beeinflusst die Gesellschaft sie? Und sollten wir Gesetze und Vorschriften erlassen, um die unterschiedliche Ziel zu verringern oder eher nicht? Teile deine Gedanken und Kommentare unten.